Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Nordrheinischen Marsch, vierfach am Dienstag. Einen wunderschönen guten Morgen. So, Schwaden ist angesagt heute, also nicht nur, aber unter anderem. Und da bin ich jetzt gerade dabei, den Kurs einzustellen. Zack, zack und passt. Müsste passen. So, hier wird, äh, es ist alles fleißig unterwegs. Der fährt Kies, das ist okay. Das war am Sonntag ein bisschen problematisch, weil der Sand leer war. Der ist angekommen, super, hat er mir gar nichts gesagt, der Kollege, schön. Ja, wir sind jetzt aktiver, äh, oder aktive Autodrive-Benutzer, ne? Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ich nehme die Folge ein bisschen in Vorhinein auf. Ich glaube, dass einige nach den, äh, auf, nach den Autodrive-Kursen gefragt haben. Die findet ihr beim Holger, vom Holger 70, glaube ich, heißt der gute Mann. Ähm, wenn ich einen fleißigen Moderator erwische, dann werde ich mal fragen, ob mir irgendjemand den Link von diesen Kursen in die Videobeschreibung, beziehungsweise in den Kommentarbereich packen kann. Da bin ich einfach nicht ganz sicher. Mal gucken, ne? Oh, der hat sogar umgedreht. Guck mal hier, du. So, und jetzt fährst du wieder am Hof, ne? Zack, läuft. Das ist halt schon schön, also, äh, ich glaube, ich habe das schon im letzten Video, im letzten Video schon gesagt, die Mischung macht's, ne? Die Mischung so zwischen, zwischen Autodrive und, und CP ist schon geil, ne? So, und da wir jetzt hoffentlich so ein bisschen Zeit haben, nur so ein bisschen, weißt du, können wir vielleicht noch den ein oder anderen Baum fällen. Der Ding haben wir übrigens gemietet, glaube ich, ne? Oh, das wird auch die volle Lawine kosten. Ja, klar. Na klar. So, der Mb-Takt. Der Baum ist zu dick, das glaube ich nie, mein Freund. Das ist ein Ponze. Zu dick geht wird nicht. So, was haben wir denn da? Der Lkw ist da, der Lkw ist da. Der Lkw ist da, guck ich das mal an. Ähm, der, und der Mb-Takt ist fertig. Gut, das hat jetzt nicht so eine Priorität. Das ist jetzt überschaubar, beziehungsweise, das kann auch mal einen Moment warten. Den, 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 ich würde nämlich, äh, den, den, den Scan, ist das ein, nee, das ist ein MN, glaube ich, ne? Den roten MN mit dem, mit der Mega-Porno-Beleuchtung würde ich jetzt einfach mal kurz, äh, zweckentfremden und mal die ganzen Baumstämme, die hier rumliegen, einfach mal in den Sägelwerk reinkippen. Deswegen würde ich aber, der, trotzdem gerne noch ein, zwei Bäume wegmachen, ähm, damit der Anhänger auch nicht ganz, also, weißt du, damit sich das auch lohnt. So würde ich es formulieren. Habe ich, ah, ich habe den Arm draußen, nehmen wir gerade her, was ist denn hier los? Normalerweise läuft das so viel besser, aber wenn natürlich der Arm draußen ist, dann habe ich da ein bisschen problematisch. So, ich würde sagen, so zwei, drei Bäume machen wir vielleicht noch, weil hat sich das auch gelohnt, weißt du? Gelohnt ist halt wieder schwierig, aber. Ich glaube, ich will mich das Spiel, äh, veräppeln. Es gibt keine Bäume für den Ponzi, die zu dick sind. Außer natürlich Dekobäume, ne, ganz klar, aber alles, was fällbar ist, muss mit dem Ponzi zu fällen sein. Das ist, das ist, es gibt eine, nur geschrieben in den Gesetz bei Giants, das heißt, alle Bäume, die fällbar sind, müssen mit dem Ponzi gefällt werden können, weißt du? So, mhm, okay, dann würde ich den jetzt nochmal ein bisschen tiefer in den Wald reinstellen, weil vielleicht muss ich mit dem LKW hier jetzt gleich, äh, diesen Weg benutzen, wo ich jetzt gerade mit dem Ponzi entlang fahre. Ähm, dann machen wir es aber direkt, weil sonst, das ist auch eine Sache, die in den Kommentaren sehr, sehr häufig stand. Ihr sollt doch nicht immer rumtappen, weil da finde ich wieder fünf andere Aufgaben. Es stimmt ja prinzipiell, ne, das ist ja, das ist ja richtig, was ihr da schreibt. Vielleicht sollten wir, ne, wir machen das jetzt gleich, komm, was uns, ne, also die Beleuchtung ist halt schon würdig, also die ist halt anders wild. So, der Anhänger steht wie, da steht, sehe ich das gerade richtig? Da steht er nicht passend, glaube ich. Aber nur 12 kmh ist halt auch lächerlich, ne, das muss man halt auch mal so sagen. So, dann würde ich mal sagen, start Autoload. Und dann fahren wir da mal rein. Die Frage ist natürlich, kann ich hier auf dieser Seite, oh Gott. Das wird schwieriger als gedacht. Wir drehen, glaube ich, einfach mal. Wir drehen einfach mal, weil dann bleiben wir nicht hinten am Zaun hängen, das war natürlich nicht so geil. So, meine Damen und Herren, schauen wir mal, ob das irgendwie klappt. Irgendwas ist jetzt am Hof angekommen. Das ist zu hell. Ich brauche hier eine seitliche Beleuchtung. Ist da gerade was? Ne. Ähm. Gut. Läuft. Vielleicht schieben wir jetzt noch ein bisschen, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. So. Die andere Frage wäre natürlich, könnten wir jetzt schon auf die andere Seite rüber huschen? Sodass wir vielleicht, oh, ja. Da liegt noch ein Baum, habe ich gerade gesehen. So. Und jetzt einfach mal ganz, äh. Ganz vorsichtig hier vorbeifahren. Die Seite umstellen, glaube ich. Anmachen nochmal. Läuft, siehste. Können wir hier nochmal hinstellen. Beuchte wie bei der Feuerwehr, weißt du? Oder wie beim THW, glaube ich. Der hat das auch. So eine Beleuchtung seitlich auf dem LKW drauf. Dass ich an der Seite immer sehe, was gerade Sache ist. Hat schon was Platz auf so einen Anlänger, ne? So ist er nicht. So. Okay. Das heißt, wir fahren jetzt mal zurück. Hauen das mal rein. Und hoffen, dass das mal für ein bisschen reicht. Müssen aber vielleicht nochmal gucken, ob wir ein bisschen Geld ranschaffen. Weil ich würde gerne diesen Fräse... Ist das ein Bagger? Ich weiß es nicht. Diese Fräse kaufen, für die Stümpfe zu wegmachen, ne? Aber der ist halt teuer. Das ist dieser T-Rex, glaube ich, heißt der. Der ist schon eher auf der teureren Seite. Aber den haben wir schon ein paar Mal gemietet gehabt. Und hat bis jetzt eigentlich immer gute Dienste geleistet. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen vorspulen, ne? Mir ist es hier einfach zu dunkel. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, das reicht mir schon. Oh, jetzt sehen die Bäume aber ganz anders aus. So. Ähm... Das war... Ne, warte mal. Abladen war doch... Ah, Y. Ich hab's sogar richtig getroffen. Guck mal. Weil da kann auch das Sägewerk schön weiter produzieren. Wenn ich da immer wieder ein bisschen was reinwerfe, ist, glaube ich... Ja, siehst du? Da war halt fast nichts mehr drin. Oder wenig zumindest. So. Dann lass mal, ähm... Noch einen Anhänger mit, äh... Den Hackschnitzel mitnehmen wieder, ne? Damit die Zellstofffabrik arbeitet. Das ist wichtig. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt wundert mich gerade, dass noch nicht mehr fertig geworden ist. Also wieder ein B-Truck. Aber die sind alle wohl noch am Arbeiten. Was ich auch nicht schlecht finde. Auffüllen. Derweilen. Gehen wir mal gucken. Der ist jetzt fertig geworden, ne? Kann ich gleich übernehmen. Zack. Weg mit dem Kurs. Ähm... Ich nehme jetzt einfach Hofsage. Das Schöne ist halt... Ich sag halt Hof und er sucht sich den nächsten Punkt, fährt da hin und fährt dann zum Hof, ne? Das ist halt wirklich gut. So. Äh... Mein Freund. Du hast gesät... Äh... Gedüngt. Wir werden jetzt gleich nochmal auf die 15 rüber, oder? Sollen wir... Die Bertha hat doch eine Düngerfunktion, ne? Da ist auch Unkraut drauf. Lass doch mal auf die 21 Sekunde 3 fahren. Auch da... Auch hier wieder, ne? Gleiches Prinzip. Auto-Drive. Sagen wir jetzt mal auf die 3, ne? Einfach nochmal zum Testen. Drei Abfahrer. Gönn dir. So. Sucht sich einen Weg. Vorne ist eine Straße. Perfekt. Wird dann gleich links oder rechts abbiegen, glaube ich. Fährt hier sogar hin. Also, der macht das. Da weiß ich genau, dass es funktioniert. So. Ähm... Du müsstest vielleicht sogar noch ein bisschen Kombos hochbringen können. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt 50.000 Liter oder mehr waren. Wenn das jetzt nur 50.000 gewesen wären, was du hingebracht hast, müssten ja noch 50.000 drin sein. Nicht ganz. 48 sind noch drin, aber die können... Weg. Oder soll man vielleicht ein bisschen Mischration verkaufen? Wäre vielleicht auch keine... Oh Gott, hier sind 440.000 Liter drin. Uiuiui. Wir dürfen aber nicht vergessen... Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch noch den Stall füttern müssen mit Mischration, ne? Das ist aber auch nicht vergessen. Weil da haben wir ja unlängst... Aha. Äh... Unlängst haben wir da ja Zeug reingepackt. Müssen wir mal gucken, welche Konfiguration der hat. Der hat aber 100.000 Liter, glaube ich. Also der ist schon etwas größer als wieder der normale... Der X ist am Hof angekommen. Das können wir gleich übernehmen. Oh, der ist auch wieder fertig. Sehr gut. Irgendeinem... Was man merkt, wenn Autodrive rechnet oder lädt oder sonstiges, ne? Dann ruckelt's. Also dann ist wirklich Ruckel-Zuckel-Party ohne Ende. Aber, ähm... Das musst du halt wissen. Wenn du das weißt, dann ist eigentlich alles irgendwie toppy. Ah ja, der ist natürlich... Na klar. Ich würde vorschlagen, dass wir den auf alle Fälle mal in die Waschenlage stecken, ne? Würde es nicht sagen, das hat er sich verdient. Aber er hat sich doch irgendwie verdient, muss man sagen, ja. So, da steht nix drin. Da müssen wir gleich wieder ein paar Hackschnitzel reinpacken. Wir gucken gleich mal. Wenn die 100.000 Liter nicht gehen mit dem Anhänger, also mit dem LKW, äh... Mischfutter, dann müssen wir umsatteln. Und dann müssen wir halt... Dann gucken wir halt einfach, dass wir, ähm... Dass wir die Plane, ne? Oh, der ist auch fertig. Gut, dann würde ich dir sagen, du fährst gleich auf die 15 runter. Wo sind wir denn mit dem? Auf der 2. Guck mal, das ist ja gerade in der Nachbarschaft. So, weg das Ding. Hier ist auch schon wieder Unkraut, ne? Krass. Hier gibt es sogar eine Ausfahrt. Also heute ist irgendwie mein Glückstag, glaube ich. Alles trifft sich hier super. So, schön geplügt hat er. Da gibt es nix. Ähm, jetzt werden wir den aber so starten. Ja, hier ist eine Einfahrt, ne? Machen wir doch einfach mit der Einfahrt. So, mein Freund. 15. Vorgehende machen wir mal dreimal. 12 Meter ist okay. So, das heißt, das müsste so funktionieren. Raps ist eingestellt. Dann nochmal, Feld 15. Sehen. Unterstrich. Äh, 12 Meter hat die Bär da. Läuft. 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 Er ist angekommen. Feld 3. Also, das ist ja sowas nicht. Also. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, ne? Aber ich bin tatsächlich, äh, schon ein bisschen begeistert von dem Zeug, ne? Er fällt mir ein bisschen zu weit vor, muss ich sagen. Wobei, das könnte man ändern, glaube ich. Ich glaube, man könnte noch einen weiteren Punkt hinzufügen. Ich muss ja, ich muss aber wirklich erkundigen, wie das funktioniert. Ich glaube, man könnte einen Punkt hinzufügen, der dann da vorne irgendwie heißt, ähm, zum Beispiel Feld 3 Einfahrt, ne? Den könnte man hinzufügen. Ich glaube, es gibt ja bis jetzt nur, nur, nur unter Anführungszeichen, das ist natürlich auch wieder komplett blöd jetzt gesagt, es gibt halt, äh, hier die Kurse, die ich runtergeladen habe, da sind halt immer Abfahrerkurse dabei, also Abfahrerpunkte dabei, ne? Was auch gut ist, bitte, bitte nicht falsch verstehen. Aber für mich speziell, wo ich immer halt, äh, mit den Arbeiten meistens im Rand oder in der Feldzufahrt beginne, ist halt der Abfahrerkurs nicht so geil gewählt, muss ich sagen. So, das hier läuft auch noch super, 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 da gibt's gar nichts. So, gucken wir mal. Ja, doch. Überrascht mich jetzt gerade ein bisschen, aber läuft. Da hat man, glaube ich, auch einen Kurs gehabt, ne? Für den, für den Kuhstall. Vielleicht täuschen wir jetzt auch. Oh, ah, warte mal. Kuhstall, guck mal hier. Kuhstall auffüllen, neu. Boah, wo geht das denn hin? Wo geht das denn hin, bitte? Läuft das auch, oder tut das nur so? Oh, der Fan steht jetzt richtig weit vorne. Fan, Fan, Fan. Oh, Alter. Ja, das wird sich jetzt auch dumm gefahren, ne? Das muss man mal auch ganz ehrlich so sagen. Okay, da besteht Verbesserungspotenzial. Aber gut, das machen wir nicht häufig. Wie gesagt, da sind 400.000 Liter drin, ne? Das mache ich jetzt viermal und die Sache ist erledigt für mich. So, irgendwas ist fertig. Ah, du hast gespritzt, sehr schön. Ich habe gehört, du fährst auf die zwei, mein Freund. Und da ich da nicht lang raussuche, weißt du, und jetzt Kurse baue und was ist das noch alles, sagen wir jetzt einfach, fällt zwei Abfahrer und go, weißt du? So, das wiederum ist besser. Glaube ich. Mal gucken, wo er gleich hinfährt. Das wiederum finde ich besser. Ah, er fährt tatsächlich hier ja schön, ne? Also, wenn er jetzt hier so rumfährt, bin ich schon happy, ne? Dann hat er mich. Also, dann, äh... Solange ich irgendwie gegen einen Baum knall, ist für mich alles okay. Ne, ich glaube, die Abfahrerkurse beinhalten einmal rund ums Feldfahren, was ich eigentlich sehr gut finde. Wenn er jetzt rechts abbiegt, bin ich eigentlich auch schon zufrieden, ja. Ja, sehr gut. Okay. Dauert vielleicht einen Moment länger, aber wie gesagt, wir haben keinen Stress in diesem Projekt. Zumindest glaube ich, dass das so ist. Demnach kann es auch mal ein bisschen länger dauern, weißt du? Das ist jetzt nicht so problematisch. Gut, ähm... Ja, ich würde sagen, es läuft. Es ist Tag geworden. Also, mich auch sehr freut, dass es wieder hell ist. Wir werden auf alle Fälle beim nächsten Mal am Donnerstag, by the way. Schauen wir mal, ob wir was verkaufen könnten. Wie gesagt, der T-Rex... Ich glaube, er heißt T-Rex. Wir können aber kurz nachschauen, warte. Äh, Forst. Lissatrack 600, Entschuldigung, 190.000. Das sollte für uns machbar sein, ne. Da müssen wir gucken. Das wird aber für uns irgendwie machbar sein, dass wir das holen, das Zeug. Äh, aber lasst das auf Donnerstag verschieben, ne. Gut, liebe Leute, ich danke herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.